Dennis Zakaria hat in einer Medienrunde über einen möglichen Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gesprochen. Ich habe in der Zeit, in der ich nicht gespielt habe, viel gesehen. Viele Leute haben über Vereine geredet. Aber für den Moment sind das nur Gerüchte. Im Fußball ist das so, sagte der 24 Jahre alte Schweizer und fügte hinzu. Wenn du ein Spieler bist und es gesagt wird, dass Bayern interessiert ist, dann heißt es, dass du gute Arbeit leistest. Nizza hat unmittelbar nach dem 2 zu 3 in der Europa League gegen Bayer Leverkusen sein Trainer Patrick Vieira von dessen Aufgaben entbunden. Insgesamt hatten die Südfranzosen die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge hinnehmen müssen. In der Liga steht der Verein nach dem 11. Spieltag auf Rang 11. Nizza teilte diese Entscheidung am Freitagmittag über die sozialen Medien mit. Der Rumäne Adrian Ursaer übernimmt die Nachfolge des Weltmeisters von 1998. Nikolas Taliafico hat seinen ursprünglich bis 2022 gültigen Vertrag bei Ajax Amsterdam vorzeitig um ein Jahr verlängert. Das gab der niederländische Rekordmeister am Freitag offiziell bekannt. Noch vor wenigen Monaten hatte alles nach einem Abschied des drittwertvollsten Spielers der Liga ausgesehen. Der 28-Jährige läuft seit Januar 2018 für Ajax Amsterdam auf. Ja morgens David Erlücker